Herzlich Willkommen auf unserem Kanal, täglich zockt das Murmeltier. Auf unserem Kanal gibt es viele unterschiedliche Spiele, unter anderem Rechts von uns seht ihr unsere Spiele-Playlist eingeblendet. Da gibt es unter anderem Montags eine gute, entspannte Runde Mario Kart Dienstags meine gut geschnittene Runde Fortnite Ich baue mich hier in die Zone, kennen wir ja, ne? Warum brauchst du dich hoch? Ich habe mich echt zu in der Raum, ne? Wenn Jurs mal da ist! Mittwochs haben wir auch einen freien Tag Ich glaube Donnerstag gibt es eine informative Runde, als gut online Wir wollten einen Livestream zusammen machen Nein, aus! So, leider jetzt aber Freitags gibt es immer ein mühevoll geschnittenes Wunschprojekt Samstag ist unser typischer Let's Play Tag Momentan läuft Paper Mario Color Splash Zwar nicht so gut, aber es läuft Sonntags ist auch ein Let's Play Tag Da läuft GTA 5 Ich glaube immer noch Auch in 10 Jahren wird es da immer noch laufen Und falls ihr euch fragt, was diese spannenden Fragezeichen da unten sind Das ist, wenn ich tatsächlich mal nichts zu tun habe Schneide ich an einer geilen YouTube Kacke weiter So Leute, das war unser Kanal Falls es euch gefallen hat, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen Wenn ihr mehr sehen wollt Das war es auf jeden Fall von unserer Stelle Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Kanal Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Wenn es wieder heißt Täglich zockt das Mummeltier Ciao, ciao 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 Ciao